Erstmal auf der Stelle und nur aus dem Fußgelenk springen. Aber nicht so und so landen, sondern wirklich nur kurze, kontrakte Platz hier. Acht Sprünge, aber auf dem harten Untergrund. Erst kurzer Kontakt, bisschen in Vorlage, dass du eigentlich auf dem Vorderfuß stehst. Und jetzt hier möglichst kurz und hoch. Okay. Und Stopp. Noch mehr gerade, Blick ist geradeaus und nach unten. Oder vielleicht so hier nur den Blick, aber nicht direkt runter. Und hier alles fest. Ein bisschen Vorlage jetzt und dann loslegen. Das geht darum halt, wenn du das, wenn du hier sprintest, das Ding packen und das kurz hin machen kannst. Ja. Ja. Ja.